Was zuletzt geschah... David hat in einem Video alle Wii-Party-Minispiele auf der Schwierigkeitsstufe Meister gespeedrunnt. Sean wollte daraufhin die Zeit von David mit 1 Stunde, 4 Minuten und 46 Sekunden schlagen. Hat aber, wie zu erwarten, komplett reingeschissen. 1 Stunde, 39. Viel schlechter als David. Ich call ihn hiermit aus, David. Dein Video zum Wii-Party-Alle-Minispiele-Speedrun ist fake. 1000 Schnitte. Wo ist das Originalvideo? David, release das Originalvideo. Wir wollen es sehen. Du bist uns eine Erklärung schuldig. Um für Gerechtigkeit des Volkes gegenüber zu sorgen, hat Sean David live zur Rede gestellt. Und hat David herausgefordert. Wir beide, versus, wer schneller die Wii-Party-Games durchbekommen. Und nun sind wir hier. Herzlich willkommen zu Ulti vs. David in einem Best-of-3-Speedrun-VL. Die Regeln sind wie folgt. Beide Speedrunnen alle 40 Wii-Party-Minispiele auf der Schwierigkeitsstufe meistern. Die Reihenfolge der Minispiele ist dabei komplett irrelevant. Derjenige, der die 40 Spiele mit einer besseren Zeit abschließt, gewinnt. In diesem Video seht ihr die erste von drei möglichen Runden. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich setze jetzt die Handgelenkschlaufe. Ah, er macht ernst. Wollen wir uns irgendwie Bescheid geben oder Druck machen, wenn wir so die Hälfte durch haben? Ja, okay. Wir können ja sagen, wir dürfen uns entmuten, wann wir wollen, um zu shit-talken. Okay, ja. Aber ansonsten sind wir gemutet, weil ich glaube, wir schreien eh nur... Ja, richtig. Richtig, genau. Und das wäre zu verwirrend. Vor allem, wenn du eine andere Reihenfolge spielst. Ja, ja, das wäre übelkopfig. Ne, machen wir es so, dann machen wir es so. Es geht um dieses Race, aber vor allem geht es halt darum, ob du ein Heuchler bist. Deswegen, wir müssen gucken, ne. Also, vor allem an deiner Stelle wäre ich jetzt richtig nervös, weil für dich geht es hier um viel. Okay, schauen wir mal, ne. Es geht um Geld, Ehre und Heuchlerstatus. Okay, das ist viel. Er wird geübt. Oh nein, scheiße. Zensier das, Pläuten. Galopp. Das weiß ich noch vom letzten Mal. Die Strat ist es, sehr viel Energy übrig zu lassen, sage ich mal. Um dann zum Schluss so einen miesen Endspurt hinzulegen. Jetzt Spam. Lauf! Überhol die! Überhol die! Not even close. Oh mein Gott, ich bin so voller Energy. Okay, jetzt bin ich auch ein bisschen nervös, aber ist egal. Das ist easiest Shit, tatsächlich. Weil ich bin die Ruhe in Person sogar. Bin die Ruhe in Person. Und es ist easy! Junge, wie viel? Schneller. Also, ich bin sehr gespannt, wie es wird. Ich bin richtig nervös. Ich glaube, bei dem Minispiel ist es sogar gut. Es ist nicht sogar sinnvoller, direkt am Anfang viel rauszuhauen, um so ein bisschen Vorsprung zu haben. So, und jetzt sparen wir wieder ein bisschen. Ich glaube, bei dem Minispiel ist es mit dem Pferd relativ wichtig, weil die sparen und eskalieren am Ende richtig. Mal gucken, ob wir das erste Minispiel direkt nach Hause holen, Freunde. So, und man darf nicht zu viel drücken. Und auf der Meisterstufe, Zaccarino. So, wir sehen es. Erster. Weiter geht's. Oh, Küchenmeister. Da muss man schütteln. Das kann ich gut. Gut, würden das die Frauen auch mal sagen. Das ist schwer. Da kann ich direkt verkacken. Ah! Ui, ui, ui. Ah! Nein! Ah! Ich habe einen Muskelkater. Ah, da habe ich nicht die richtige Schütteltechnik. Nochmal. Einmal eine Zwiebel schneiden. Das sollten wir noch hinbekommen, oder? So. Da gab es einen Niederland. Ah! Ah! Digga, das war ja Foto-Finish. Wir struggeln jetzt am ersten Spiel. Da war ich zweiter. Nochmal. Ja, erster. Mit Liebe. Okay. Da kann man richtig verkacken. In meinem Speedrun habe ich da auch böse verkackt, tatsächlich. Aber dann haben wir die ersten vier Minispiele und das sind schon schwierige Minispiele. Oh, das war, glaube ich, viel zu spät, oder? Komm schon, komm. Ja, fuck. Ich habe keine Ahnung, wann genau ich nach oben schüttel. Aber das Spiel ist nicht einfach. Let's go. Das war viel zu früh. Vielleicht hole ich auch nicht so viel Schwung, ne? Weil das ist ja nicht nötig bei der Wii Fernbedienung. Ja, geil. Weiter geht's. Es geht gerade um so viel. Es lagt einfach. Mein Scheiß ist weg. Betrug. Guck mal, die Stratus einfach die Dosen so kommen zu lassen. Und die dann so dreimal hintereinander abzuballern. Und dann macht man's easy. Aua, das tat gerade voll weh. Okay, ich muss ein bisschen chillen, Leute. Mondlandung war fake in meinen Augen. Aber mein Sieg hier in diesem Spiel ist nicht fake. Das war wirklich Grundschul-Shit. Oh, nein. Bro, ich sehe, guck mal. Ich sehe nicht mal, was von links kommt. Auf einmal kommt so ein mieser Stein. Das ist ja einfach nur Glück. Bitte. Nein, warum wird auf grün reingezoomt? Ich call Bullshit. Wir sind doch alle gleichzeitig da aufgekommen. Bro, schreib nicht, versuchst du es überhaupt. Das ist ultra das dumme Spiel. Guck mal, er wird so perfekt nach unten geboostet. Nein, ey, ich darf jetzt nicht choken beim Mond. Ich verliere gerade ultra viel Zeit. Oh, ich werde nach unten geboostet von dem. Bitte nicht. Bitte kommt jetzt kein Scheiß. Nein. Ja, nein, ja. Das war gleichzeitig. Das war gleich. Das ergibt keinen Sinn. Wir sind immer eins, zwei, eins gleichzeitig auf dem Boden. Das ergibt keinen Sinn, dass ich immer Zweiter werde. Das ist auch nichts, wo man so oft chokt eigentlich. Ja. Danke Gott. Das sieht, glaube ich, leichter aus, als es ist. Man kann nicht wissen bei manchen Steinen, die da auf einmal kommen. Okay, nächstes Spiel, das ist easy shit. Diese Zombies ausweichen. Diese Zombies gehen so in einem KMH. Man muss einfach so ein bisschen schlau sein. Und das bin ich ja. Das bin ich ja auch. Ich bin ja auch schlau. Ich calle Bullshit, dass ich da getroffen wurde. Bro, aber die anderen CPUs lassen sich auch nicht treffen. Ich werde voll geblockt. Guck mal, alle sind jetzt da. Alle Zombies sind gerade bei denen. Jetzt werden die gehittet. Diese eine grüne Frau muss noch gehittet werden. Geht jetzt alle auf die, bitte. Ich muss halt nur warten, bis sie gehittet wird. Guck mal, ich bin hier so geil. Ich bin so perfekt weggegangen. Zack, 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 zack. Erste Seite ist clear. Alter, wir sind in der Schweiz, WTF. Die erste Seite ist clear. Nein, nein. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Niemals aufgeben. Ach du Scheiße, es hat so schlecht angefangen. Aber ich habe mich nach oben gekämpft. Oh, das mit den Federn war nervig. Man muss hier so Federn fangen, aber die glitschen immer so weg von der Hand. Mein Dings glitscht so hin und her. Seht ihr, wie es so wackelt? Das bin nicht ich. Mein Scheiß ist schon wieder weg. Oh mein Gott. Guck mal, wie mein Dings so hin und her twitcht. Das Spiel fuckt auf jeden Fall gut ab. Diese Federn, man kriegt die nicht zu fassen. Und diese Computergegner sind natürlich die ruhigsten Menschen der Welt. Aber wir haben es geschafft im First Try. Danke Gott. Oh, Büchsen schießen. Rasieren wir jetzt. Hier ist es wichtig, die Dose ein bisschen runterkommen zu lassen. Hey, Mann, ey. Junge, was kann ich denn dafür, wenn so ein Kack-NPC meine Kack-Dose abschießt? Ey, das war voll die Betrugsrunde. Bro, wenn die meine Kack-Dose abschießen. Okay, kann man würfeln? Ja, wobei, erster ist erster. Let's go. Also, bei dem Minispiel ist es wichtig, dass man sich tatsächlich so runterkicken lässt. Ja, genau das, was der grüne Charakter getan hat. Oh mein Gott. Ja, perfekt, perfekt. Du musst dich hier runterkicken lassen. Geil. Wie gut würde ich in einer freaking Zombie-Apokalypse überleben? Also, wenn ich irgendwann so The Walking Dead-mäßig irgendwo unterwegs wäre, wie gut würde ich überleben? Kannst du einmal bitte den Schuh machen? Dreh dich um. Ja, die sind in der Falle. Geil. Nächstes Minispiel. So, vor dem Spiel hatte er Angst, meinte er. Okay, das war, glaube ich, nicht schlecht. Bro, unten links ist gefährlich gut. Ich war einfach dritter. What the fuck? Das war eigentlich gut. Ich hatte das Gefühl, dass es gut war. Digga, das ist die perfekte Mitte. Weiter geht's. First Platz, baby. Oh, Hütchenspiel ist so schwer, ne? Okay, warte, ganz links. Jetzt wird's schwer. Das müsste es sein. Ganz rechts müsste es eigentlich sein, denke ich mal, weil das Spiel zieht viel Zeit. Ja. Okay, let's go. Haben wir jetzt schon die Hälfte? Oh, shit, 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 shit. Die Rakete, Rakete, Rakete. Einmal werfen, bitte. Danke. Ja, Bro, das war ja eine Zerstörung hier. Ey, yo, ich will ja keinen Stress machen, aber ich hab 21 Spiele durch. Wie laut bist du? Du hast mich ultra erschrocken. Ja, ich bin für dich immer laut. Na, geh mir nicht auf den Sack. Hier einfach nur die anderen die ganze Zeit machen lassen. Killt euch. Juckt mich gar nicht. Killt euch. Stirb, bitte. Ja. Das war, wow, Sinuskurve. Das war grad so stabil. Fast 160, das muss reichen eigentlich. Wait, warum... Er braucht grad so lange. Er überlegt so, krass. Warum überlegt... Diese Meister-Mies machen mir ultra angst. Ach, ich bin gleich gestorben. Herzinfarkt. Das sieht so gut aus. Nein. Wir sind drin, Jungs. Acht Meter weniger, bitte. Die Gelbe darf jetzt nicht rein. Ah, ah. Also David ist schon am Kochen. Er ist beim 30 Spiel, hat fast alle First Dry geschafft und ist auf WR-Jagd. Es schaut wirklich nicht gut für dich aus. Wenn es so weiter geht, werden wir nur zwei Runs haben, da David rasiert. Donate mir nie wieder, WTF. Spend mir nie wieder Geld. Was soll das denn? Es ist ja nicht so, Jungs. David wird noch irgendwo mies reinscheißen und dann komm ich. Okay, ich weiß jetzt schon mal, dass das Zweite... Geil. Okay, das kann jetzt Perfect RNG sein. Das ist der von mir. Das ist der von mir. Jetzt muss ich beten. Nein. Der darf jetzt nicht rasieren. Woher hat... Woher weiß er das? Ach so. Woher weiß er das? Dein Mut da. Okay. Ich muss mir auch... Nein. Nein. Idiot. Haha, ich hab doch deins sogar schon aufgedeckt. Du hättest wissen können. Da ist natürlich sehr glücklich gelaufen. Ah, ich muss jetzt warten, bis die auch gemacht haben. Oh mein Gott. Ich hab hier einen Speedrun zu gewinnen. Junge, da kommt irgend so ein Typ aus dem Internet und sagt, ich würde das faken, Alter. Das ist meine Kindheit, dieses Spiel. Ich hab damals so viele Stunden mit meinen Homies verbracht hier drin. Bro, das ist einfach mein zweites Zuhause. Die Wii-Spiele. Oh, oh. Mitte. Fuck, 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 fuck. Ah, der hält sich. Nein. Ärgerlich, Mann. Der hat sich gehalten. Junge, die Mitte. Fuck, Mann. Fuck. Ruhig bleiben, David. Ich lehne mich jetzt nach vorne. Der Meister ist in Topform. Der braucht erst mal ein bisschen. Ey, wie mein Dobermann. Der braucht wieder ein bisschen. So, Junge, die gehen mir so hart auf die Nüsse. Ich spiel zu vorsichtig. Fuck, was ist denn los? Come on. Das Movement ist gerade scheiße. Wirklich, an dem Spiel? Das ist heftig, dass wir jetzt an so einem Dreckspiel hängen, ne? Ich muss diese Ärmel runter machen. Die stören mich gerade nur. So, ich brauch Bewegungsfreiheit. Yeah! Boah, da gab's irgendeine gute Strategie in dem Game. Ich weiß aber nicht mehr was. Wenn wir die engen Kurven nehmen und so. Ah, ich muss den irgendwie überholen. Die, die lassen... Hä? Warte mal. Bro, was war das denn? Neustart. Und auf einmal konnte ich gerade gar nicht mehr lenken. Hä? Bro, was ist das denn? Wie ist die Steuerung? Ich verstehe das nicht. Bro, halte ich einen Controller falsch? Ich steuere, Freunde. Das ist richtig weird. Ich verstehe das nicht. Ich skippe das. Ich verstehe das gerade nicht. Das ergibt keinen Sinn. Okay. Wo Hundi? Hundi Wauwau. Hundi Wauwau. Hundi Wauwau. Hundi Wauwau. Okay. Gucken wir mal. Mhm. 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 Damn, Boy. Wenn ihr mal einen Hundefotografen braucht, sagt ruhig Bescheid. Fast die letzte Seite geschafft. Also die letzte volle Seite. Aber das mit dem Hund war, glaube ich, okay. Der arme Hund. Er wird so gejagt von so Blitz. Oh, das war kein gutes Foto, glaube ich. Das wird safe so verwackelt sein. Ah, bei dem weiß ich auch nicht. Nein, hier weiß ich auch nicht. Aber ich weiß bei vielen Fotos nicht, ob die 10. Sieht aber gut aus. Sieht aber sehr gut aus. 10, Bruder. Einfach nur Rhythmus. Man nennt mich auch Mozart. Der Neuzeit. Wow. Ich bin gerade wieder gut dabei. Es liegt nur an diesem Zahlenscheiß. So, das ist ein Glücksspiel. Ich nehme die fette Rakete. Also wir können das Game instant neu starten, wenn wir Pech haben. Geil, das hat geglückt. Das hat geglückt. Bitte, 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 bitte. So, wie weit müssen wir laufen? 77 Meter. 30, 40, 50, 60, 70. Ich sage, das passt so. Bitte, 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 bitte. Oh, fuck. Nein, ist das knapp. Oh, Gott. Kacke, nochmal. 60, 70, 80. Jungs, das sind nur drei Games. Bitte, wir müssen das schaffen. Komm schon. 60, 70. Ey, never. 80, 90, 100. Ha, du bist etwas zu langsam. Fast Punktlandung. Also wenn jetzt alles gut läuft, bin ich schneller als in meinem Video. Noch drei Spiele. Das hier geht halt eine Minute, ne. Das muss halt nicht sein. Oh, ich habe den goldenen verpasst. Egal. Der rote blockt mich. Guckt mal mein Dings an, mein Fahrzeug. Ich war die ganze Zeit so auf halb acht. Auf halb acht ist so eine geile Redewendung. Aber sollten wir haben. Ich habe ein bisschen rasiert. Ein Spiel und wir haben gewonnen. Ich weiß nicht, wie man dieses Spiel spielt. Ich weiß es nicht. Ergibt keinen Sinn. Sorry. Bro, ich habe da gar nicht hingedrückt. Ich habe da 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 nicht hingedrückt. Digga, es kann nicht sein. Ich verstehe das nicht. Ich drücke da nicht hin. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ulti haben wir Geflickt Meister, ich hab dich so gebummst, ich bin durch Eine Stunde, eine Minute, ich hab meine eigene PV gebrochen Scheiße, Bro Ich brauchte noch zwei Spiele Nein, so knapp Ist krass, das kann ich dir lassen, du hast gut geübt Ja, gut geübt, Bro Dass es jetzt legit ist Nee, GG aber, GG Ja, okay, aber geil, dass es noch nicht over ist Wir machen ja ein Best of Free Und ich würde sagen, ich bin jetzt warm Ich bin definitiv auf warm